Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Verrat! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017